Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aktienanalyse bei Finanzgains und danke dir fürs Einschalten. Heute schauen wir uns zusammen das Unternehmen PepsiCo an. Vorab, dieses Video stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Schauen wir uns zuerst die Basic Infos an. PepsiCo ist ein US-amerikanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern mit Sitz in Purchase, New York. Entstanden ist das Unternehmen durch einen Zusammenschluss 1965 von den Unternehmen PepsiCola, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1898 zurückgehen und Frito-Lay. Später fusionierte dann noch dieses Unternehmen mit der Quarker Oats Company im Jahr 2001. Der CEO von PepsiCo ist hierbei seit dem 3. Oktober 2018 Ramon Laguata und erhält knapp 301.000 Aktien vom Unternehmen mit einem Gegenwert von knapp 43 Millionen US-Dollar. Außerdem ist er seit dem Jahr 1996 im Unternehmen, was ebenfalls positiv anzumerken ist. Schauen wir uns nun das Geschäftsmodell von PepsiCo an. Dieses lässt sich in zwei Segmente aufteilen. Zum einen in die Getränkesparte mit zum Beispiel Pepsi, Schwib Schwab oder 7-Up und zum anderen in die Lebensmittelsparte mit zum Beispiel den Marken Lays und Doritos. Die Umsatzverteilung sieht hierbei wie folgt aus. Bei den Regionen Europa, Südamerika und dem Rest sind die Umsätze hierbei nicht mehr in die drei Teilbereiche aufgeteilt, sondern zusammengeschlossen. Hierbei sind 16,94% in Europa, 11,39% im Rest und 9,86% in Südamerika. Auffällig ist hierbei, dass knapp 58% der Umsätze in den USA generiert werden, was Pepsi sehr stark vom US-Markt abhängig macht. Schauen wir uns nun die finanziellen Wachstumszahlen an. Hierbei haben wir auf 5-Jahresbasis ein Umsatzwachstum von 2,22%, ein EPS-Wachstum von 6,74% pro Jahr, ein Return of Investment Capital von 13,32%, ein Eigenkapitalwachstum von 3,88% und ein Wachstum des freien Cashflows von minus 3,5%. Auf 2-Jahresbasis ist hierbei das Umsatzwachstum bei 4,32%, das EPS-Wachstum bei minus 23,75%, das Return of Investment Capital bei 11,4%, das Eigenkapitalwachstum bei minus 2,5% und das Wachstum des freien Cashflows bei 1,29%. Auffällig ist hierbei das EPS-Wachstum auf 2 Jahren. Dieses ist jedoch leicht verfälscht bzw. stärker verfälscht durch Corona, da z.B. Gastronomie oder Clubs zumachen mussten und somit die Tränkesparte z.B. von Pepsi stark gelitten hat. Weiterhin anzumerken ist, dass das Return of Investment Capital sehr gut ist, woraus man schließen kann, dass Pepsi einen großen Burggraben hat, also eine große Marktmacht. Außerdem kann man sagen, dass das freie Cashflow und das Eigenkapitalwachstum eher schwach sind. Hierbei spielt der freie Cashflow bzw. Wachstum des freien Cashflow eine übergeordnete Rolle, wie wir später sehen werden, da Pepsi ein Dividendenunternehmen ist und die Dividenden vom freien Cashflow ausgezahlt werden, weshalb diese Entwicklung eher negativ zu betrachten ist. Weiterhin ist das Umsatzwachstum okay für so ein großes Unternehmen und das EPS-Wachstum auf 5 Jahre Sicht ebenfalls. Alles in allem kann man also zu diesen Zahlen sagen, dass es zwar keine guten Zahlen sind, außer das Return of Invested Capital, aber auch keine miserablen Zahlen. Schauen wir uns nun noch die Schätzung der Analysten an. Hierbei gehen die Analysten von einem Umsatzwachstum von 4,49% pro Jahr aus, einem EPS-Wachstum von 8% pro Jahr, einem Eigenkapitalwachstum von 11,66% pro Jahr und einem Wachstum des freien Cashflows von 9,27% pro Jahr. Insgesamt sind hierbei die Wachstumszahlen überall besser als in der Vergangenheit. Das Eigenkapitalwachstum und der freie Cashflow sind hierbei besonders gut und sind hierbei auch besonders hervorzuheben, da ich, wie ich eben schon erwähnt habe, den freien Cashflow hierfür übergeordnet halte, da er für PepsiCo sehr relevant ist, um Dividenden zu zahlen. Weiterhin sind sowohl Umsatz als auch Earnings per Share weiterhin solide. Zusammengefasst kann man bei den Schätzungen sagen, dass wenn die Schätzungen der Analysten so in Zukunft eintreten werden, dies sehr positiv für PepsiCo wäre und sehr gut einzuordnen wäre. Schauen wir uns nun die Analystenmeinungen sowie den KGV-Vergleich an. Hierbei stehen 11 Analysten auf Kaufen, 2 auf Aufstocken, 9 auf Halten, 1 auf Verringern und 0 auf Verkaufen. Daraus lässt sich schließen, dass die Analysten eine positive Meinung von der Aktie haben, was sich auch schon eben aus den positiven Schätzungen herauslesen hat lassen. Schauen wir uns nun den KGV-Vergleich an. Hierbei hat Pepsi ein KGV heute von 27,46 und ein DurchschnittskGV von 25,29. Im Vergleich dazu habe ich die Unternehmen Nestle und Coca-Cola noch dazu genommen, die ebenfalls in der Lebensmittelbranche bzw. in der Getränkebranche tätig sind. Nestle hat hierbei ein KGV von 24,25 und Coca-Cola von 32,95. Demzufolge ist PepsiCo heute höher bewertet als im Durchschnitt und auch höher bewertet als ein Konkurrent mit Nestle, jedoch niedriger bewertet bzw. geringer bewertet als Coca-Cola. Weiterhin ist jedoch noch anzumerken, dass das KGV in Zukunft aufgrund der Öffnung der Wirtschaft sinken sollte, weshalb hier der Vergleich mit dem DurchschnittskGV etwas hinkt und man sagen könnte, dass die ungefähr wie im Durchschnitt bewertet sind. Schauen wir uns nun noch die Dividenden-Historie an, bevor wir zu Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren sowie meiner Einschätzung zu diesem Unternehmen kommen. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Dividendenzahlung von PepsiCo in den letzten Jahren. Hier habe ich einen Ausschnitt von 2002 bis 2025 genommen. In blau ist hierbei die Dividende in US-Dollar und in orange die Schätzung der Analysten in US-Dollar für die kommenden 5 Jahre. PepsiCo zahlt seit dem Jahr 1965 eine Dividende und hat seit 49 Jahren stetig ihre Dividende angehoben. Dividenden-Wachstum hat also ein stetiges Dividenden-Wachstum in den letzten 49 Jahren. Hierbei wird PepsiCo als Dividenden-Aristokrat bezeichnet, da sie eben 49 Jahre Dividenden-Wachstum haben und wenn ein Unternehmen mindestens 25 Jahre ein stetiges Dividenden-Wachstum hatte, wird es als Dividenden-Aristokrat bezeichnet. Bald könnte es hier jedoch einen Namenswechsel zu einem Dividenden-König geben, da ein Unternehmen, welches 50 Jahre in Folge ihre Dividenden erhöht, als Dividenden-König bezeichnet wird. Die Analysten gehen davon aus, dass Dividende in den nächsten 5 Jahren weiter wachsen wird, weshalb Pepsi wahrscheinlich in dem nächsten Jahr ein Dividenden-König wird. Schauen wir uns nun zuerst die Stärken, Schwächen, danach die Chancen und Gefahren an, bevor wir zu meiner Einschätzung des Unternehmens kommen. Die erste Stärke wäre hierbei, dass Pepsi das zweitgrößte Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Welt ist, hinter Nestle. Dies sorgt für eine gewisse Marktmacht vom Pepsi, die natürlich positiv anzumerken ist. Die zweite Stärke wäre das Markenportfolio. Man hat eben Marken wie Lays, wie Pepsi oder wie Lipton und diese Marken geben eine gewisse Diversifikation, da man zum Beispiel in der Getränkesparte bei allen möglichen Getränksorten dabei ist, sowie in der Lebensmittelsparte mit vielen verschiedenen Lebensmitteln. Und die letzte Stärke wäre noch, dass PepsiCo ein krisenresistentes Unternehmen ist. Das heißt, dass man immer Konsumgüter braucht, egal wie gut oder schlecht gerade die Wirtschaft ist, und dass eben solche Unternehmen wichtig sind für den Weltmarkt, weshalb eine Krise weniger Auswirkungen auf PepsiCo hat, wie zum Beispiel auf ein Automobilunternehmen. Schauen wir uns nun noch die Schwächen an. Die erste Schwäche wäre hierbei Corona. Corona hat für einen Lockdown, zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Clubs gesorgt, weshalb der Umsatz und Gewinn von PepsiCo stark gelitten hat, da man zum Beispiel nicht mehr Pepsi in der Gastronomie oder in Clubs verkaufen konnte. Diese Schwäche sehe ich jedoch relativ kurzfristig, da man davon ausgehen kann, dass die Wirtschaft in naher Zukunft wieder öffnet. Die zweite Schwäche wäre, dass PepsiCo fast ihren gesamten Cashflow mit Dividenden ausschütten. Dadurch stehen eventuell Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe in der Zukunft in Gefahr, da eventuell bald zu wenig Geld frei zur Verfügung steht, weshalb PepsiCo in Zukunft mehr Geld generieren muss und das jetzt schon ein Risiko für die Zukunft ist. Gucken wir uns jetzt noch die Chancen und Gefahren an, bevor wir zu meiner Einschätzung kommen. Die erste Chance wäre die Corona-Erholung. Die Impfungen schreiten immer weiter voran und Gastronomie, Clubs etc. können in Zukunft wieder öffnen, was für mehr Umsatz und Gewinn sorgen würde. Obwohl das Impfgeschehen hierbei nicht in allen Ländern gleich schnell verläuft, hat PepsiCo hierbei einen Vorteil, da 58% ihrer Umsätze in den USA gemacht werden und die USA wahrscheinlich eines der ersten Länder ist, welches wieder zur Normalität zurückkehren wird. Die zweite Chance wäre, dass PepsiCo bald ein Dividendenkönig ist. Der Name sorgt zum einen für ein gewisses Prestige, aber auch dafür, dass PepsiCo alles dafür tun wird, um dies beizubehalten, um weiterhin Vertrauen bei den Aktionären zu haben. Weshalb ich davon ausgehe, dass dies eine Chance sein kann für die Zukunft, da PepsiCo somit ihre Dividenden für den Aktionär auch in Zukunft weiterhin erhöhen wird. Die dritte Chance wären Investitionen wie in Rockstar Energy oder in Sodastream. PepsiCo hat vor kurzem für knapp mehr als 7 Milliarden Euro Rockstar Energy und Sodastream gekauft, um eben mehr Umsatz in der Zukunft zu generieren, was positiv anzumerken ist. Schauen wir uns nur noch die Gefahren an. Die erste Gefahr wäre der Zukunftstrend gesunde Ernährung. Es wird immer mehr zum Trend, sich gesünder zu ernähren, was natürlich negativ für zum Beispiel Marken von PepsiCo wie Doritos oder Lace zu betrachten ist. Jedoch bewegt sich Pepsi langsam ebenfalls in die Richtung mit zum Beispiel zuckerfreien Getränken oder der neuen Wassermarke Sodastream, weshalb ich hierbei das Risiko nicht so hoch für PepsiCo sehe. Die zweite Gefahr wäre hierbei das Verschlafen von Trends. Man darf sich keine Fehler erlauben, da sonst Coca-Cola, Nestle oder auch andere Unternehmen Marktanteil von PepsiCo wegnehmen könnten, wenn zum Beispiel PepsiCo den Zero-Getränketrend verschlafen hätte, da sich sonst die Leute bzw. die Kundschaft, die sich für Zero-Getränke interessiert, bei den Coca-Cola Zero-Getränken umgesehen hätte und nicht bei den Pepsi Zero-Getränken. Die letzte Gefahr wäre noch wie eben auch schon bei den Schwächen angesprochen, dass der freie Cashflow nicht mehr für Dividenden und Aktienrückkäufe ausreicht. Hierbei schüttet PepsiCo fast ihren kompletten freien Cashflow fast nur für Dividenden aus und wenn man die Aktienrückkäufe noch dazu rechnet, sind die Ausschüttungen und Aktienrückkäufe höher als der freie Cashflow, was negativ zu betrachten ist. Demzufolge müssen die neuen Zukäufe liefern, da es sonst eventuell schlecht in der Zukunft für PepsiCo aussehen könnte. Ich denke jedoch, dass PepsiCo das hinbekommen wird und das Problem in Zukunft aus der Welt schaffen wird durch eben eine Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie neuen Einkommensströmen. Kommen wir nun zu meiner Einschätzung. Hierbei gucken wir zuerst auf den kurzfristigen Ausblick, bevor wir zu meiner langfristigen Einschätzung kommen. Der erste Punkt beim kurzfristigen Ausblick wäre die Öffnung der Wirtschaft. PepsiCo ist ein Nach-Corona-Gewinner, wie wir eben schon bei den Chancen erwähnt haben, da zum Beispiel Gastronomie oder Clubs wieder aufmachen und aus kurzfristiger Sicht somit die Umsätze und Gewinne steigen dürfen. Weiterhin hat PepsiCo im ersten Quartal 2021 gute Zahlen geliefert, mit zum Beispiel einem Umsatzwachstum von 6,8%, was die langsame Wiedereröffnung widerspiegelt und den positiven Trend, den die Analysten geschätzt haben, schon zeigt. Insgesamt schätzen hierbei die Analysten bis Ende 2021 den Kurs bei 126,15 Euro, was einem Zuwachs von 3,62% entsprechen würde. Dies sind die mittleren Einschätzungen bzw. die durchschnittlichen Einschätzungen der Analysten. Jedoch sind hierbei die Dividenden noch hinzuzunehmen, welche insgesamt 2,9% in der Vergangenheit betragen haben, was einem Kurszuwachs bzw. einem Gewinn bei einer Investition von knapp 6,52% entsprechen würde. Dennoch wird diese Entwicklung eher schwächer, aber noch okay. Gucken wir uns nun meine langfristige Einschätzung an. Meiner Meinung nach ist PepsiCo ein riesiges Unternehmen mit riesiger Produktvielfalt. Man hat Marken wie Lays, Pepsi und ist dadurch sehr diversifiziert und ein gutes Unternehmen, welches in Zukunft weiterhin seine Marktmacht behaupten wird. Außerdem wird PepsiCo in naher Zukunft ein Dividendenkönig sein. Das heißt, PepsiCo hat dann in 50 Jahren in Folge jedes Jahr ihre Dividende erhöht, was nicht nur ein Prestige mit dem Namen geben würde, sondern auch in Zukunft wahrscheinlich dafür sorgen würde, dass PepsiCo weiter ihre Dividenden jedes Jahr anhebt, da sie eben den Namen beibehalten wollen. Insgesamt finde ich PepsiCo kaufenswert bis zu einem Kurs von 90 Euro plus minus 4 Euro. Bei guten News kann man 4 Euro zum Kurs zurechnen, also 94 Euro und bei schlechten News 4 Euro abziehen, also 86 Euro. Diesen Kurs habe ich berechnet, indem ich den Kurs für in 10 Jahren berechnet habe und mit Einbeziehung der Dividende aufs heutige Jahr zu einem guten Kaufkurs zurückgerechnet habe. Alles in allem würde ich das Unternehmen also zur jetzigen Zeit nicht kaufen, jedoch mit Hold bewerten, also mit Halten. Das heißt, dass man es meiner Meinung nach nicht verkaufen muss. Sollte dir diese Aktienanalyse gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020